Folgt mir jetzt auf Twitter, Instagram und auch anderen Social Medias und Neuigkeiten zu erfahren wie Community Events, Livestreams oder auch andere tolle Sachen. Die Links sind in der Beschreibung. So Lolo, heute springen wir mit dem Master Builders mit dem Tobias. Master Builders. Ne, Master Builders, ich bin Bad Wars. Und wir haben uns einen Carry gekauft. Wir haben einen, einen, ja, wir haben ihn gekauft. Der ist Global Elite bei Bad Wars. Der ist Global Elite. Global Elite. Der hat sich, der hat sich skillig gekauft, irgendwie. Ihr müsst wissen, der Ocini, weil der kauft sich Hex. Ja. Deswegen ist er so gut, deswegen spielen wir mit ihm. Spaß, der natürlich kauft sich keine Hex. Er ist aber auch gut. Aber, ihr braucht einen Glöcker. Ja, ich hab noch 10,30, weil ich baue mich mal weiter rüber. So, bam, bam, bam. So, komm du auch gleich mit der Spielzeuger, dann können wir gleich das an der Team wegmachen. Ja. Oder du pushst mit Ocini zusammen und ich mach hier die, die, die... Oh, Izen Tears. Wie sind die, das kannst du dir abholen. Ich geh gleich, Alter. Ich brauch sowieso Dings, grad, äh, Blöcke wieder. Mach mal. 5,013. Ich mach mal Verteidigung, weil Ocini kann das nicht so gut, hat er mir gesagt. Dann, erkauft du dir, weil, äh, Dings weiter. So, bam, bam, bam. Zweig Gold noch, dann hab ich hier Dings. Das gibt mir das mal Geld, das hole ich mir. Kannst du dich gleich zu der anderen, äh, Insel rüber, Dingsen, rüber, Bowery, Dino. So. Ähm, Spitzacke. Okay, ich hab keinen Spitzacke. Kann Eisenschwert, genau, Eisenschwert. So, bam. So. Jetzt hab ich auch wieder Blöcke. Riechen, riech gerne an frischen Lachs. Okay. Tobes, isst gerne einen Notizzettel. Ja. Das ist aber wirklich so. Merke ich's mir eher. Es gibt wirklich einen aus meiner Klasse, der isst irgendwie Papier oder so. Ja, das glaube ich dir auch irgendwie. Und dann, weiß nicht, warum. Rot hat schon die Dings. Grün ist ein richtiger Schützer. Äh, Occi, kannst du dich um Rot kümmern? Du musst einfach nur, Occi, musst dir so ein Ziel geben und dann macht Occi, das ist wie so ein Laserstrahl. Wenn ich Glück hab, ihr merkt mich Rot nicht. Warte, warte, warte. Ich hab mich grad, ich hab mich grad dezent an der DIA-Insel vorbeigebaut. Okay, das ist grad an, warte. Ah, bitte, sag Rot, bemerkt's nicht. Oh, oh. Also, ich hab mich grad dezent, dumm an den Dingsabumsar an den DIAs vorbeigebaut. Hä? Ist da ein Bett schon weg? Oder wo ist das? Rot? Warte. Ah, hallo Rot. Ähm. Einmal bitte ihr Bett abbauen, danke, das ist doch da, wo unseres aufsteht. Äh, die haben kein Bett mehr oder so. Das ist eine Appelle bei uns, eine Appelle. Oh, oh, warte, ich komm zurück. Oh nein. Oh, oh. Er kümlich. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, ich hab grad noch kümlich zwei Herzen. Nein, halt durch, durch. Was zur Hölle, ich bin, ich bin doch, also, ähm, Jörn. Hast du überlebt's? Ja, ich hab überlebt, aber. Ich hab auch überlebt's. Oh, just down. Oh nein. Unser Carry. Äh. Eigentlich hätte ihr unser Carry das nicht zulassen dürfen. Egal, das passt schon, das passt schon irgendwie. Äh. Ich komm wieder zurück. Hoffentlich. Uuuuuff. Junge, warum haben die so schnell, Emeralds, das ist, das ist nicht cool. Äh. Wir haben gar kein Bett mehr gehabt, irgendwie rot, aber wo ist, hä, weil das ist es grün. Und das rote, ach so, das rote Wolle, ich dachte, Jörn. Ach so. Ich dachte, weil da schon wieder Rolle war. Hast schon schon wieder am Kleber geschnüffelt, Jörn, sei ehrlich. Zupsen an. Ja, gerade fast runtergeflogen. Ich hab 5, ähm, die Mantos, kriegst du definitiv. Wir bauen jetzt jetzt eine Burg, Topscha. Wir bauen jetzt hier, so, genau. Bauen wir jetzt eine Burg. Wir brauchen nur Diamanten. Ja. So, bam, bam, bam. Eine kleine Burg. Da liegen die Manten, by the way. 5. Was zur Hölle, was ist wieder denn schon wieder da? Guck mal da, das ist ein richtiger Schwitzer. Geh runter mit dir. Los. Ich brauche noch die Burgi weiter. Die, kommt die Wand schon wieder, die Wand schon wieder pushen. Die sollen aufhören. Das stimmt, das ist das letzte Team. Das ist das letzte Team? Ja. Geh runter mit dir. Böse. Okay, unsere Burgi ist teilweise fertig, Tops. Ja, merke ich langsam, okay. Haben wir noch? Ja, wir haben noch, okay. Oh, die kommt schon wieder, Tops. ich brauche ein bisschen dings runter mit dir jetzt auch dings aber ich gehe mal rüber kommt noch einer kommt noch einer kommt einer schnell 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 runter was okay das sind ultra starkmachender starkmacher ganz oben ganz ganz rechts ganz rechts habe ich was ist das das ist ein verstärker die die machen mit der menschen machte die to click mit es über uns nein nein ich werde genau ein herz gott neuer und das glück ich hoffe jetzt ok stück ja naja hunde ein stück selber taktisch noch mal topst du bauen es einfach nach vorne baue du dich einfach rüber ich mache jetzt der verteidigung alles gold was du hast das lässt du mir dann mit ich die sachen einbauen ja kriegst hier dein ganzes eisen da hier alles gold gibst du mir einfach alles gold was du hast in der ruhe rein doch das bin ich ja ich weiß ja ich weiß ich muss da weg gehen damit ich das bauen kann und sie du musst da weg gehen damit ich da bauen kann und sie du musst da weg gehen damit ich erbauen kann irgendwann wieder schon lernen kann man sie dann musst du weg gehen damit ich erbauen kann und sie muss weg gehen damit ich erbauen kann ich glaube das soll es weg gehen du musst weg gehen damit ich erbauen kann und sie muss weg gehen damit ich erbauen kann ich glaube wenn sie es sagt nein ich brauche blöcke oder ich brauche ich brauche noch blöcke ich brauche eine freundin tubs braucht notizzettel zum essen oh ich brauche noch blöcke tubs bring mir blöcke mach mal den tryhard komm gibt es eigentlich ziegelsteine in den ding im modus leider nicht leider nicht sonst hätte ich es ja gegessen dann werde ich stärker ok oder gibt es wirklich nicht ich dachte es gibt welche ne das war bei einem klub beim früheren ich glaube das war früher so so kann ich jetzt schnell rüber kommen ohne dass mich bemerkt der typ hier Oji hilf mal hilf mal Juliane so der bemerkt es schon nicht nein er hat es bemerkt das ist eine richtige Bum nein los Oji los Oji Oji du siehst gleich wie Oji das dezimiert das Team das ist zerstört ja ach so ich hätte gedacht dass du runter gefallen bist ok nice es war nur ein grüner noch da irgendwie ok nice ich habe richtig viel Dings hier das Schokopins easy so brauche ich noch genau Feuer Balleradino so easy schützt eigentlich Glas vor Dingsamster ich glaube mach Wasser mach Wasser mach Wasser drüber Wasser schützt vor TNT ja ich mach Wasser drüber so ein Eisen noch so jetzt jetzt habe ich noch eine neue ein neues Steinschwert so wo ist dann ist das nächste Team äh ich geh wieder mal zurück äh könnt ihr mir ein paar Diamants bringen warte mal Oji kannst du mir vielleicht ein paar Diamanten bringen damit ich hier äh ne bessere Produktion habe oder kannst du vielleicht von extern die ganzen Sachen bringen ich brauche ein bisschen Dingensens ich brauche gleich neuer Blöcke warte ich hole mir gleich die neuen Blöcke hier komm und sag und sag oh ich war fast runtergeflogen grad aber egal passt schon ich komme gerade oder nur komm ich hier runter äh hier rauf Diense ah doch mein äh zwei Blockstamm schon so ich hab noch mal dir wie viele Diamanten hast du nice danke euch hier hast du fein gemacht ich geh so roh drüber das Kiel ist ja auch schnell ich glaub da ist auch einer in der Base ne ja mach 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 die checken das nicht die checken das nicht die checken das nicht die checken das nicht easy easy ok johann machst du jetzt noch die Kills ja hol dir easy Anna wenn du Gold hast dann hol dich ganz schnell die 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 Kakaobohnen die sind so OP nein hab ich einen hab ich noch einen zweiten doch ich hab noch zweiten glaub ich oder ja ist hab ich einen nice easy das lebt noch einer ja ähm hier johann brauchst du hast du Gold da die ist noch dünne ja nice äh so push ich gleich das nächste Ziel kannst du mir die beste Rüstung holen ne ach so äh ich hab mir das er ist ein track geholt warte paar noch 4 Gold hier hier nimm da liegt's so nice kann ich mir gleich ne Rüstung so easy und bam komm sorry noch Blöcke dann push ich das nächste Ziel ich komm jetzt oder ja gelb läuft zurück aber ich weiß was ich machen werde du wirst mich jetzt nicht wieder runter schießen wie in deiner Folge ich geh zu gelb gelb sieht nicht so Ochi du bist einfach ein Penner weißt du das Ochi weißt du Ochi weißt du Ochi du hast jetzt alle drei Blätten war da drei Blätten drei Blätten NEUS ich hab vier Kills vier finale Kills und drei Blätter easy so wo ist rot so bam 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 es gibt ein Shield lol hab ich gar nicht bewusst rot ist da drüben einer ist noch rot der ist bei mir glaub ich oder kannst du gleich sagen ich weiß wo er ist ich weiß wo er ist den Kompass geupdatet habe ähhh warte ah warte doch ich sehn warte wo ist er denn bei Ochi glaub ich oder der ist bei rot bei Ochi das ist einer weil ich den Kill kriegt oder ah ok nice hä wo es lebt achso das oh mein Gott komm hier hin den kriegst du den kriegst du oder komm 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 ja easy ich hab fünf Kills fünf Kills drei Blätten drei Blätten drei von vier Blätten also das waren eh alle ok nice das war so ne Runde meinst du für Bad Wars da hinten steht noch schnell äh Bad Wars ja lasst ein Abo und Like da und check unbedingt Topsy aus äh der hier mitgespielt hat und ja lasst ein Abo und Like da und tschau bei Ochi von Toci wo ko wo 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 Bis zum nächsten Mal.